So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tales of Symphonia. Ähm. Aber natürlich weiter, ne? Ich bin schon 22 Stunden Tales of Symphonia. Ach, jetzt spielt mein... Moment, doch. Der Controller spinnt schon wieder rum. Jetzt hat er es. Jetzt hat er es wieder eingekriegt. So, äh, was haben wir denn als letztes gemacht? Leony Mythos. So, da sind wir ja jetzt, ne? Da stehen sie. Aus uns Freunde seien. Hallo, Gosch. Ich war damals als Handwerker für Cruises. Oh. Das ist aber nicht so nett. Das macht man aber nicht, mein Lieber. Ach, Gott, sorry. Ich muss mir kurz mein Lieber was zu trinken noch machen. So. Der Engel auf der Seite. Tristan. Du kennst die Leute. Tristan? Habe ich ihn gerne? Es ist seine Schuld, dass Terpiala und Silver und Domina Mana konkurrieren. Das ist ein Cruises, Crystal. Ich verstehe. Du musst die Auserwählte der untergehenden Welt sein. Das ist vielleicht Schicksal, ne? Was meinst du damit? Ich begann die Arbeit, die ich verrichtete, zu hassen, da ich... Aber ich wurde von einem Design namens Rodile aufgespürt. Er versprach, mein Leben zu verschonen, wenn ich ihm ein Cruises Crystal anfertige. Das heißt, das Experiment an den Prisea, äh, das Experiment, also an Prisea wurden von Rodile und dem Patriarchen organisiert. Aha. Rodile plant eine Revolte gegen Cruises, während er in dem Dienst in der Designs stand. Darf ich Rodile dann unterstütze? So, ich habe ja... Er zustätte die Stato-Set. Ah, okay. Er ist in dieser Geschichte verwickelt. Ich finde dafür keine Worte. Ich will mich nicht wieder dafür entschuldigen. Aber mir kann ich mal Augenblick nicht tun. Meine Zeit kommt nicht wieder. Die Leute aus der Stadt und mein Papi werden nicht zurückkehren. Ich sehe. Ich kann mir mein Augenblick nicht verzeihen. Das ist die beste Lösung, dann einfach gehen. Läuft immer gut. Wenn er sich entschuldigt, wenn er verzeihen möchte, diese Gefühle bekommt man nicht in den Griff. Das ist keine Strafe, ich kann das nicht erklären, aber... Nun, egal, was sonst ja immer philosophisch diskutiert wird. Ja, das reicht. Ich weiß ja nicht, wenn er so eine Hübsche ist, dass er heißt. Wir haben im Augenblick nicht genug Informationen und Stimmen. Die haben die zu. Yes, Sir. Wie haben wir denn da? Hier, da habt ihr meinen großen Bruder gesehen? Das ist zum Teil von uns. Bist du? Mein großer Bruder ist immer noch nicht zurück. Ich bin auf der Suche nach ihm. Ist bereits nach Hause gegangen. Wirklich? Echt, wahr? Wirklich? Aha, jetzt kann ich wahrscheinlich... Da fliege ich dann auch dann nochmal hin. Das ist eine lange Geschichte. Macht nichts. Aber wenn die Sätze und die Fasten aus Halbwelfen besteht, zudem ist außer mir noch eine große Zahl anderer Zwerge involviert. Neben dir und meinem Vater noch weitere Zwerge. Ihre Zähne sind die Ära der Halbwelfen aufwuchs. Wenn sie wieder geboten hat. Für den Sekunden nutzen die Kirche von Mater und versuchen, die Auserwählte von Mater und das Bewusstsein zu verschmelzen. Gibt es da, um die Auserwählte zu töten? Gibt es da, um die Auserwählte zu töten? Für die tatsächliche Gefahr. Hm. Okay. Gleichjähriger später. Wieder Aktivierung der Mannekanone. Hast du die Pläne für die Mannekanone genommen? Hast du in Silber und nach? Ist zudem der Leiter einer eigenen Farm. Er sitzt da in der Gefangenen. Komm auch mal rein. Vermutlich haben wir erfahren, wir haben zu erreichen. Dress, der die beiden Welten erschaffen hat. Nun, so habe ich es gehört. Er verankert die beiden Welten, die sie in der Kontext. Okay. 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 Okay, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Sie sagen, ich... Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Vielleicht war der alte Krieg in Wirklichkeit ein Krieg zwischen Tethia-Land-Silber und Mesaus, der Held schloss die Stillstände. Nein, nein, nein. Und weshalb die Legenden von Mesaus in den beiden Welten existiert. Oh. Verstehen wir die Bedeutung der Existenz von zwei Ebenen, das Tor zwischen den beiden Welten. Das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn, selbst hier schreiben sie Macht Sinn. Ah! Viele Ideen zur bipolaren Struktur der Welten gehört, aber diese scheint eine logische Grundlage zu haben. Welche Ideen gab es noch dazu? In Alta Maria erzählt man sich eine Legende über das sogenannte Tor der Welten. Einige sagen, es handelt sich dabei um einen Pol. Das Tor der Welten. Was ist denn wirklich geil? Ist er wichtiger als sein Leben? Irgendwie kapier ich das alles gar nicht richtig. Aha, Leute, das ist nichts Neues. Was? Du wirst mir leider ziehen. Ich würde sagen, warum lebt die nicht über Nacht? Mithras ist richtig. Wenn du nicht weißt, wo du hin sollst, kannst du eine Weile bei mir wohnen. Ich bin ein Halberwass. Ich bin ein Halberwass. Ich tippe es an und ich es. Und ich ein Zwerg. Tippe es a erschaffen. Tippe es an automatischer Puppe. Tippe es an. Okay. Okay. Oh. 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 A cot. Warte auf. Warte auf. Warte auf, was die Reine ist weg. Gut. Ja. Was soll ich tun, Leute? Wir sollten im Augenblick ja nicht getrennt sein. Hint ihr mich mit? Wieso redest du, heißt es gefährlich? Ist dann regelrecht belagert. In Ordnung. Danke, Leute. Mein Freund von Genius ist ein Freund von mir. Gut. So, jetzt erpresst er ja auch eine richtige Key Crest. So. Jetzt ist Genius mit dem Team. Warte mal. Da habe ich sehr was mit. So, Richtung Süden. Das Land der Elfen liegt vor uns im Brief von König von Tessiana. Okay. Dann kommt man deswegen da nicht rein, anders klang. Ähm, so. Ähm, Tamira. I'm sorry. Was ist denn? Ich will nicht sagen, warum. Ja, das kennen wir schon. Haben wir jetzt schon das öfteren mal gehört, dass er kein Bock hat, hier mit rein zu kommen. Hm. Hm. Ähm. Wobei. Ich kann mir den 1,200. Da kann ich nicht helfen. Nein. Ja. Ich bin verstanden. Ich möchte die noch fragen. Tunnel, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie nicht gesehen. Okay, aber dann wird sie hier unten gar nicht sein. Okay, also hier ist sie schon mal nicht. Hm. Ähm. Guts. Hm. Oh. Alicia, ist es wirklich du? Ich weiß Alicia? Was? Warte, dann, wer... Alicia ist meine... Schöne. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ah, natürlich. Ich verstehe. Ich verstehe. Alicia hat ein paar Mal vor. Sie nicht möglicherweise standen hier jetzt. Ich verstehe? Was ist passiert? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Sie sind seltsam. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Sie müssen dufe. Die Kinder ... Sie können dir superauf. Ich glaube, Prisea wurde von Prisea genommen. Ich sage so, ich höre in den Spark. Die Elementarbahn fährt jetzt ab und fahren mal zu, was er schafft. Genau. Ohne Momento. Gleich wieder da.